Hallo, Bozo! Ah, Rufus. Was liegt an? Was wolltest du vorhin sagen? Ging es um ein ganz spezielles Enter-Manöver? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Mal wieder. Ach, mach mir doch nichts vor. Ihr Piraten seid doch alle gleich. In jedem Hafen eine. Und ständig auf der Suche nach neuen Häfen, nicht wahr? In keinster Weise. Obwohl... Ha, wusste ich's doch. Meine Bambina wohnt hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich zählt. Wir waren nur zwei Tage zusammen und... Und sie hat dich abblitzen lassen. Und sie hat mir die ganze Zeit eine Pistole an den Kopf gehalten. Nö, das zählt schon. Ich glaube, Krawallgohl steht auf mich. Krawallgohl? Ja, weil sie echt was drauf hat, verstehst du? Scheinbar ist ihr ganzes Temperament auf einer Datasette gelandet. Oh je, dann sei lieber vorsichtig. Glaub mir, ich kenne die Sorte Frau. Wenn man weiß, wie man mit ihnen umgehen muss, können sie ganz zahm und verspielt sein. Aber eine falsche Bewegung, ein falsches Wort. Und sie fahren ihre Krallen aus. Ich muss ihr jetzt aber keinen Kratzbaum kaufen, oder? Das Einzige, was hilft, sind die richtigen Worte. Bei meiner Bambina war es genau so. Ich musste nur den einen, entscheidenden Satz sagen und... Zack! Schon wurde aus dem Tiger ein zahmes Hauskätzchen. Warum seid ihr dann nicht mehr zusammen? Naja, ich wurde heiser und sie kam schneller an den Waffenschrank, als ich zur Tür. Oh. Ich glaube, Babygoal steht auf mich. Babygoal? Ja, weil sie echt süß ist und so. Dummerweise ist sie auch sehr gutgläubig. Na, dann hast du doch freie Bahn. Geh zu ihr und sprich sie an. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, Ladygoal steht auf mich. Ladygoal? Ja, sie ist echt vom Allerfeinsten. Eine richtige Klassefrau. So mit Stil und großen Etiketten. Etikette? Ich werde sie mit meinen Gentleman-Manieren noch schwer beeindrucken. Ah. Meinst du nicht, dass du dir da vorher ein paar Tipps holen solltest? Sprich doch einfach mal mit Siegall. Der wohnt in der Oberstadt. Wenn dir einer weiterhelfen kann, dann er. Erzähl mir mehr von deiner Bambina. Tja, sie ist die temperamentvollste Frau, die ich kenne. Ihr gehört der Waffenladen in Klein-Venedig. Ein echtes Mordsweib. Auch wenn sie nie verurteilt wurde. Es ist schon eine Weile her. Da habe ich mein Herz an sie verloren. Gott sei Dank hatte Doc noch ein Spenderherz auf Lager. Wie lauten denn diese mysteriösen Worte, mit denen man temperamentvolle Frauen bändigen kann? Vergiss es, Rufus. Diese Worte haben schon genug Schmerz verursacht. Aber mittlerweile muss die Wunde in deinem Herzen doch wieder verheilt sein. Es geht hier nicht nur um ein Herz, Rufus, sondern auch um ein Schultergelenk, ein Bein und den linken Lungenflügel. Ich finde, du solltest deiner Bambina mal einen Besuch abstatten. Was? Nein, vergiss es. Och komm schon. Sie klingt echt scharf. Könnte dir die Kehle aufschneiden. Und würde. Bist du jetzt ein Pirat oder so ein Pirot? Zum hundertsten Mal. Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch kein Interesse, mich andauernd von dir in irgendwelche Abenteuer verstricken zu lassen. Ich mochte mein Leben, wie es war, bevor wir uns getroffen haben. Ruhe. Frieden. Gemächlichkeit. Kaperfahrten, Seeschlachten, Meutereien, Ermordung der Erstgeborenen. Sonntags Nachmittag Spaziergänge, Gartenausstellungen. Brandschatzen, Kiel holen, Schatz suchen, Kreuzigungen. Na verdammt, Ufus. Nicht jeder mag Konflikte. Und ich schon gar nicht. Magst du doch. Nein, mag ich nicht. Magst du doch. Nein, und nochmals nein. Doch, 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 doch. Im Gegenteil. Ich scheue Konflikte, ich... Okay, ich gebe auf. Pah, wusste ich's doch. Du stehst immer noch auf sie, nicht wahr? Ich werde mal bei ihr vorbeischauen. Triff mich in Klein-Venedig vor dem Waffenladen, okay? Ich werde seelischen Beistand brauchen. Und medizinischen. Schon klar, du alter Haudegen. Dieser Generator versorgt die Spelunke mit Strom. Ganz schön leichtsinnig, den hier draußen aufzubauen. Wo jeder x-beliebige wohlwollende Mitbürger dagegen treten, Bananen in den Auspuff stecken oder Zucker in den Tank schütten kann. Hm, wie war das gleich? War Zucker im Tank gut oder schlecht für den Motor? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ah ja, es war schlecht. Dachte ich mir's doch. Oha, ganz schön duster hier. Aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonargehör zum Einsatz bringen müsste. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwest-Quadranten. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. Au! Ah! Oh! Aua! Nichts passiert. Und jetzt leise? Haps! Darf ich stören? Solange du im Licht bleibst, wo ich dich sehen kann. Aber hier ist doch alles dunkel. Genau. Hast du den Schlüssel für die Spellunkentoilette? Ja, aber ich brauch ihn noch. Ich habe da eine Wette am Laufen. Du hast gewettet, dass du die Toilette benutzen wirst? Ja, aber noch konnte ich mich einfach nicht überwinden. Hast du etwa Schiss? Noch nicht genug. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Ah, da sind sie ja. Haha. Netter Versuch, Kumpel. Äh, wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Hi. Ah, willst du? Hallo. Ein Drink, bitte. Hast du Geld dabei? Nun, ähm... Dachte ich's mir. So wie du rumläufst. Warum sagen das immer alle? Komm wieder, wenn du Geld hast. Für Durchreisende lasse ich nichts anschreiben. Ein Drink für die Lady, bitte. Willst du mich etwa betrunken machen? Würde es denn was bringen? Dich hemmt trinke ich doch mit nüchternem Magen unter den Tisch. Also kannst du es auch genauso gut gleich aufgeben. Aufgeben? Weißt du überhaupt, mit wem du hier redest? Mit einem Typen, der sich keine Drinks leisten kann. Ah ja, Mist. Bis später. Komm wieder. Upsi, ich muss kurz eingeneckt sein. Kein Problem. Zumindest solange du keinen direkten Haut... Du bist lustig. Hm? Oh, du bist schön. Janosch, Janosch. Wer ist denn schon Janosch? Ja, das würde ich auch zu gern wissen. Das war eine rhetorische Frage. Janosch ist der Anführer des Widerstands. Du redest in einer Tour von ihm. Echt jetzt? Er muss ein Teufelskerl sein. Ach du grüne Neune. Was kann ich tun damit? Wir müssen uns dem widerst... Wie Janosch. Aber dann kommst du mit. Na klar. Warte hier. Oh ja. Darf ich stü... Solange du aber hirst. Genau. Ich habe gehört, du gehörst einer Widerstandsbewegung. Wer hat das gesagt? Das ist doch streng geheim. Sorry, das wusste ich nicht. Und den anderen scheint das auch nicht klar zu sein. Dann sag es bitte weiter. Es kann ja nicht sein, dass ihr jeder meine Geheimnisse herumtratscht. Wogegen rebelliert ihr denn? Gegen die Unterdrückung durch den Organon natürlich. Tod dem Organon! Was hat dir der Organon denn getan? Na, er unterdrückt mich. Mit seiner ständigen Unterdrückung. Das macht mich rasend. Kann man bei euch einsteigen? Unmöglich. Du könntest ein Spion des Organon sein. Aber wie wollt ihr den Organon bekämpfen, wenn ihr keine neuen Mitglieder rekrutiert? Durch passiven Widerstand. Ihr tut also gar nichts? Doch. Natürlich. Wir schmieden ständig neue Pläne. Wie wir noch passiver Widerstand leisten können. Manchmal sagen wir sogar wochenlang kein schlechtes Wort über den Organon. So passiv sind wir. Wow. Der Oberkontrollrat wird toben, wenn er das rausbekommt. Lasst mich doch mitmachen. Ich will eine Frau beeindrucken. Du meinst, das geht? Na klar. Frauen stehen auf mutige Männer. Männer, die den Mut haben, eine schmutzige Kneipentoilette zu benutzen? Ich meinte mehr so den Mut, sich für eine gute Sache zu engagieren. Hey, das tue ich doch schon. Hier, nimm den Toilettenschlüssel und bring ihn zu Gulliver. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Ich muss mit eurem Anführer sprechen. Vergiss es. Der Weg zu unserem Unterschlupf ist geheim. Trefft ihr euch nicht im Keller von Janosch's Mutti? Mag sein. Aber das geheime Klopfzeichen kennen nur die Mitglieder. Darf ich bei euch einsteigen, wenn ich dich im Schnick-Schnack-Schnuck besiege? Niemand besiegt mich im Schnick-Schnack-Schnuck. Dann besteht ja keine Gefahr, oder? Das ist richtig. Also okay. Warum nicht? Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich gehe dann... Mach das. Ist es hier drin gerade kälter geworden? Alles okay bei dir, Junge? Ich war schon auf schlimmeren Kneipentoiletten. Es ist nur... Ich habe diese Laute gehört und... Sagen wir einfach, das Klopapier könnte weicher sein. Du musst vor mir nicht den starken Mann spielen, Junge. Ich war auch schon auf dieser Toilette und kenne das Klopapier. Ich teile deinen Schmerz. Dir steckt übrigens noch ein Stück unter deinem Fuß. Du solltest das entfernen, bevor es noch jemand sieht. Sie würden... Sie würden es nicht verstehen.